ja guten morgen liebe freundinnen und freunde also ich möchte mich als erstes bedanken dass ich die gelegenheit habe hier zu euch zu sprechen über mbsr stressreduktion durch achtsamkeit nach kapazin ich habe mich so gefragt was bedeutet das wenn ich das euch hier vorstellt es ist ja wie eulen nach athen tragen ja also was die knatan so an übungsmöglichkeiten anbietet das ist eigentlich ja alles sind alles elemente auch im mbsr oder es ist noch viel viel reichhaltiger also ihr seid eigentlich im prinzip mit allem vertraut und was ist jetzt dann das besondere oder andere an mbsr das gemeinsame erst einmal also dass im zentrum achtsamkeit steht und die wurzel also es geht letztendlich auf die rede von buddha zurück über die vier grundlagen der achtsamkeit möchte ich einfach noch mal ein zitat von buddha bringen aus dem büchlein umarme deine wut das in der übersetzung von dick natan es gibt einen wunderbaren weg der lebenden wesen hilft leuterung zu verwirklichen kummer und trauer direkt zu überwinden schmerz und angst ein ende zu setzen den rechten pfad einzuschlagen und nirvana zu verwirklichen dieser weg ist der weg der vier verankerungen der achtsamkeit ja also auf diese grundlage bezieht sich ja sowohl der weg von thai in einer ununterbrochenen traditionslinie seit buddha und da bezieht sich auch mbsr drauf also insofern kann man auch sagen da john cabaret sind der hat das nicht erfunden ja sondern hat vielleicht an an das rad das schon erfunden war so ein paar kleine nägelchen drauf gemacht oder einen reifen drum rum gespannt und dinge zusammengebracht die zum teil auch verstreut waren in verschiedenen richtungen und traditionen und hat eben in einen kontext gestellt der westlichen gesellschaft und der medizin ja und es auch angeboten für menschen die jetzt primär nicht einen spirituellen weg suchen sondern die einfach schlicht und einfach wollen dass ihnen besser geht ja also die krankheiten haben unter stress leiden und die einen weg nach linderung und nach besserung suchten zu seinem persönlichen werdegang ist vielleicht zu erzählen also der kapazin der hat schon als medizin student bei einem koreanischen zen meister gelernt und hat also ganz verschiedene lehrer auch kennengelernt und gehabt und der tic nathan ist sicher auch eine ganz wesentliche lehrerfigur für ihn und er bezieht sich auch immer wieder auf tic nathan aber er arbeitet auch mit tibetischen meistern zusammen also hat da so auch eine ganz breite palette kennen gelernt in seinen persönlichen übungsmethoden und für ihn war yoga auch immer sehr wichtig also und er hat yoga unterricht gegeben also während er sonst als mediziner tätig wäre zu abendkurse yoga gegeben und da hat es sich ereignet dass also ein befreundeter vipassana lehrer der hatte immer die stunde vor ihm in dem raum und dann haben die beiden sich so ausgetauscht und haben gesagt also kapazin mensch also meine yoga schüler die könnten eigentlich auch meditation brauchen und davon profitieren und der vipassana lehrer hat gesagt also und meine leute die könnten eigentlich auch mehr mit dem körper tun und das wäre doch eigentlich wirklich eine gute verbindung ja und zu der damaligen zeit war das noch so dass also die yoga leute wollten nicht meditieren und die meditierer wollten auch kein yoga machen also es war sehr getrennt also das war so dieser austausch stand eigentlich so am beginn eigentlich von john cabazins überlegungen eben das könnte man zusammenbringen und das könnte man auch in das gesundheitswesen einbringen ja und eben auch ganz wichtig das anliegen das soll also nicht irgendwie was esoterisches sein das soll im prinzip für jedermann offen sein nicht weltanschaulich gebunden sein ja und damit geben ermöglichen achtsamkeit kennenzulernen und zu kultivieren der kapazin betont auch immer wieder achtsamkeit das ist nichts was also jetzt nur in einem buddhistischen kontext gehört auch wenn jetzt das wort aus dem kontext kommt sondern es ist eine grundlegende menschliche fähigkeit das ist etwas universelles jeder hat die fähigkeit zur achtsamkeit in sich und es gibt die möglichkeit eben diese fähigkeit zu kultivieren zu trainieren zu stärken ja und dann eben auch die segensreichen wirkungen zu erfahren also grundlegende gemeinsamkeit ist dass die achtsamkeit jetzt im zentrum der übungen steht so an den methoden die im mbsr oder jetzt hier in der sanga genutzt werden vieles ähnlich meditation die tiefen entspannung oder diese art der den körper und den organen zu lächeln ist ein stück ähnlich wie der bodyscan bisschen anders wieder aber ist es gibt eine ähnlichkeit und was auch sehr ähnlich ist dass also ein wert darauf gelegt wird das zu betonen achtsamkeit das ist jetzt nicht nur etwas was auf eine übung beschränkt ist ich setze mich hin zum meditieren 20 minuten halbe stunden und springe ich auf und dann geht es im alten stil weiter sondern dass die achtsamkeit eben in das tägliche leben hinein kommen soll ja also die das meditieren ist sozusagen die die übung dafür dass ich dann auch im alltäglichen vollzug eben achtsamer sein kann also kapazin nennt es dann die informellen achtsamkeit übungen achtsames essen achtsames trinken achtsames duschen geschirr spülen und so weiter also das sind gemeinsamkeiten unterschiede wäre jetzt im mbsr wird jetzt nicht explizit gesagt also das sagen ethische grundsätze eine rolle spielen ja also sowie die fünf achtsamkeit übungen bei tegnatan das wird sagen wir mal eher so implizit davon ausgegangen dass wer achtsamkeit versucht zu praktizieren mit der zeit auch selbst draufkommt dass also eine ethische grundhaltung mit dazu gehört ja aber es wird jetzt nicht ausgesprochen und betont dann habe ich schon gesagt es ist also keine weltanschauliche festlegung es ist für alle offen und es gibt jetzt auch keine rituale also die jedenfalls auf einer traditionslinie beruhen vielleicht so spontane rituale die für jeden irgendwie nachvollziehbar sind wie ein abschieds ritual also nach einem tag der achtsamkeit oder so dass man im kreis zusammen steht und sich an den händen fest also sowas kann man ja auch als ritual bezeichnen aber ebenso zum beispiel dieser gruß oder niederwerfungen oder dass eine buddha-statue da sieht oder so steht das gehört nicht dazu einfach auch um menschen nicht zu verschrecken ja sondern auf das an das universelle zu appellieren ja da kommen dann eben auch zum unterschied im kontext aber könnte jetzt sagen der spirituelle pfad von tai das ist in einem buddhistischen kontext auch wenn der tai auch immer wieder so dieses anliegen betont das ist wirklich für alle offen ist ja also hat er auch was geschrieben dass zum beispiel so ein meditationszentrum wirklich einfach achtsamkeit vermittelt und auch in den 14 übungen geht es ja auch immer wieder darum um den offenen geist und also sich auf keinen ismus festzulegen ja also schon eine ähnlichkeit trotzdem könnte sagen der weg von teils in einem buddhistischen kontext mbsr findet in einem kontext des gesundheitswesens statt und der wissenschaftlichen erforschung auch der wirksamkeit also ist meditation wirklich hilfreich wirkt es hat das gesundheitsförderliche auswirkungen kann ich es einsetzen für vorbeugung von krankheiten oder zur vorbeugung wenn er krankungen bestehen vorbeugung von verschlimmerungen ist es geeignet als begleitende maßnahme bei therapien da komme ich jetzt noch mal drauf dann als der kontext ist ein anderer und deswegen ist auch so von den themen her die dann durchgegangen werden könnte man sagen auch ein unterschied ja also bei tai geht es ja darum also auch immer tiefer in den dharma einzusteigen und immer ein größeres umfassenderes verständnis davon zu entwickeln und durch praktische erfahrungen dann auch im eigenen leben umzusetzen im mbsr geht es zunächst einmal einfach darum zu verstehen zu informieren über stress ja was macht mir stress und wie kann ich mit meinem stress besser umgehen kann kann ich dadurch auch gesünder leben also es ist sehr stark eben auf diesen aspekt fokussiert ja jetzt möchte ich ein bisschen was zu wissenschaftlichen ergebnissen sagen weil dieser mbsr programm das eben so entwickelt wurde mit den methoden eben meditation gemeditation yoga der body scan so als ein komplexes kompaktes angebot über acht wochen mit einem tag der achtsamkeit noch zusätzlich wie ja was verändert das was bewirkt es und kava zinn hat also von anfang an eigentlich die menschen die zu ihm kamen um an mbsr teilzunehmen erstmal so in vorgesprächen informiert und dann aber auch also getestet mit allen möglichen psychologischen tests vorher und nachher ja so dass also das auch messbare ergebnisse gab ja also wie sieht es vorher aus wie sieht es nachher aus und dann auch noch untersuchungen nach längerer zeit also bis zu drei jahre wurde es auch weiter verfolgt um zu schauen gibt es eben auch langzeiteffekte ja da kann man jetzt mal so ganz summarisch sagen dass eben nach diesen ergebnissen also sich ein effekt sowohl im psychischen wie im körperlichen bereich zeigt ja also angst und depression sinken ja es kommt zu einer größeren psychischen ausgeglichenheit es hat einen positiven effekt auf den blutdruck auf psychosomatische erkrankungen auf schmerzen und ganz verschiedene körperliche erkrankungen zum beispiel gab es eine studie über prostatakrebs da konnte man also feststellen gibt es so einen einen marker des psa also prostat spezifische antigen das ist also vermindert angestiegen im vergleich zu einer kontrollgruppe ja oder es gab eine studie bei psoriasis patienten also so schuppenflechte eine hauterkrankung das finde ich sehr spannend weil also die da gibt es eine behandlung mit licht lichttherapie und die müssen da in so einen lichtbogen sich rein stellen und kriegen dann eine hohe lichtdosis ab zu in verbindung mit einem medikament das eingenommen wird und das ist eine ziemlich belastende behandlung ja wo viele das abbrechen und ja die die also diese behandlung durchführen haben mit dem kapazin gesprochen ja gesagt ah das ist ja wunderbar da könnte man eigentlich wirklich mal eine vergleichsstudie machen also menschen die so drinstehen und menschen die währenddessen eine anleitung bekommen also achtsam zu sein ja und also sich in dem moment eben wirklich auf das zu konzentrieren was was im augenblick passiert wie dieses licht auf die haut trifft und ja haben so eine anleitung gehabt und das interessante war also diejenigen die eben diese anleitung hatten die sind dabei geblieben da gab es also keine so starke dropout rate und es hat schneller gewirkt also es hat die die zeit deutlich verringert die die behandlung dauerte also und ja bis bis die behandlung erfolgreich war also erfolgreich abgeheilt war und da muss man sich ja wundern wie kann das passieren also das muss ja sozusagen irgendwie einen einfluss geben bis auf zellebene ja also dass die achtsamkeit jetzt sozusagen denn eigentlich bis bis hin in die zellkerne ja wo die genetische information sitzt also eine wirksamkeit zeigt muss man eigentlich fast postulieren ja weil da sitzt ja also sozusagen die störung begraben ja dass das veränderte zellen sind okay also mich beeindruckt das dann gibt es forschungen also neurobiologische wo also über man kann ja mittlerweile dem gehirn bei der arbeit zuschauen am funktionellen kernspin tomographen und dann auch durch besonders besondere EEG also elektroencephalogramm ab leitungen mit 128 und 256 elektroden also man wird da komplett verkabelt und dann kann man auch sehen also welche gehirnregionen im moment arbeiten und da wurde festgestellt also zunächst einmal an schülern des tibetischen buddhismus an langzeit meditieren dass da also drastische veränderungen sind ja gegenüber normalpersonen also nämlich dass der linke stirnhirnlappen viel viel aktiver ist ja und die tätigkeit des linken stirnhirnlappens geht einher mit positiven gefühlszuständen also da werden die bewusst gesteuert und kontrolliert ja das hat sich eben auch mit einer anderen untersuchungsmethode also diesem kernspin tomographen bestätigt und der kapazin hat das dann gesagt okay das kann man ja mal probieren auch mit mbsr schülern und wie sieht das aus vorher nachher nach so einem acht wochen kurs und es ist natürlich klar dass der effekt also nicht so stark ist wie bei jemand der zehntausend stunden schon meditiert hat aber es lässt sich ein effekt nachweisen ja also auch nach einem achtwöchigen übungsprogramm also wer da mitgemacht hat regelmäßig geübt hat kann bereits also eine verstärkung der aktivität im linken stirnhirnlappen feststellen also das heißt es gibt neurobiologische wirkungen die positiv sind ja ja es gibt ein schönes buch von daniel siegel das heißt das achtsame gehirn also wo der das auch ein bisschen weiter ausführt diese neurobiologischen forschungsergebnisse und das auch im zusammenhang bringt weil der ursprünglich also geforscht hat also was die einflüsse von erziehung eben auf den weiteren werdegang von menschen sind ja und der formulierte so was achtsamkeit und meditation bewirkt im gehirn das ist eigentlich sozusagen das gleiche wie wenn jemand eine gesunde förderliche kindheitsentwicklung gehabt hat ja also mit guten bindungen vertrauensvollen beziehungen ja dann kann sich sozusagen das was genetisch angelegt ist also die die tätigkeit des gehirns voll entfalten ja und dann hat auch dieser linke stirnhirnlappen zum beispiel eine hohe aktivität während jetzt also wo dramatische kindheitsentwicklung stattfinden bindungstraumen da sind da wird auch die gehirnaktivität und die die entwicklung des gehirns also eingeschränkt ja also es hat hat folgen ja und achtsamkeit ja das training von achtsamkeit kann sozusagen das was sich da ist an positiven entfaltungsmöglichkeiten der gehirntätigkeit kann das ja zum beispiel auch nach entwickeln ja also das heißt das ist ja auch etwas was so erst seit einiger zeit irgendwie überhaupt bekannt ist und diskutiert wird das gehirn ist plastisch ja also früher ist man davon ausgegangen also das ist irgendwann ist die entwicklung abgeschlossen das gehirn ist fest vertratet und da gibt es vielleicht in dem rahmen noch ein bisschen veränderungsmöglichkeiten aber also wenn ein höhepunkt erreicht ist irgendwann baut es nur noch ab und das ist schon sehr früh der fall und hat festgestellt also so stimmt es nicht sondern es werden auch immer wieder neue nervenzellen nachgebildet und das gehirn ist veränderbar ist plastisch und es gibt auch also wenn schädigungen eingetreten sind eben eben wieder heilungsmöglichkeiten okay so viel mal zu also den neurobiologischen forschungen und also man kann einfach summa summarum sagen dass jetzt meditation und das mbsr programm dass das helfen kann ja also neurobiologisch auch die grundlagen zu verbessern sich wohl zu fühlen aufmerksam zu sein präsent zu sein weniger angst zu haben mit stress besser umgehen zu können die immunfunktionen werden gestärkt also es hat positive wirkung und ist insofern wirklich geeignet auch zur prävention also zur vorbeugung von krankheiten oder eben um vorzubeugen dass sich was verschlimmert ja und als begleitung in einem heilungsprozess ja jetzt möchte ich ein bisschen was zum kurs ablauf sagen einen acht wochen crash kurs in 25 minuten ja gehen einfach mal mit der ersten stunde die einführung in achtsamkeit die findet da statt mit der rosinenübung das heißt alle essen aufmerksam mit allen sinnen eine rosine um sozusagen einen geschmack zu bekommen von achtsamkeit ja und dann geht es weiter mit dem bodyscan möchte vielleicht erklären also das ist eine körpermeditation im liegen wo man mit der aufmerksamkeit systematisch den ganzen körper durchwandert und also scan deswegen wie so ein scanner man wandert dadurch systematisch von den zehn aufwärts bis zum kopf ja was ist vielleicht so das grundprinzip in welcher art und weise denn welcher haltung tue ich das mit einer freundlichen aufmerksamkeit ja also eine prinzipiell mal wohlwollend getönte aufmerksamkeit und interesse gewisses forscherinteresse ja ich möchte mal wissen wie sich das anfühlt zum beispiel die rechte großzehe kann man jeder jetzt im moment hin spüren was spüre ich da von der rechten großzehe ja okay kann sein dass dass ich die gar nicht spüre dann würde ich sagen okay also da spüre ich im moment gar nichts ja es kann sein dass da kribbelt oder dass es kalt ist oder sich feucht oder trocken anfühlt also ganz gleich was ich da spüre ich nehme das einfach bewusst war und versuch es nicht zu beurteilen und nicht zu bewerten ja und also da kommen wir schon gleich an einen punkt nämlich also dass so eine übliche neigung ist eigentlich gleich was zu beurteilen und zu bewerten also ich habe das vorhin bei der g meditation gemerkt und da hinten irgendwo auf einmal gemerkt ich habe kalte füße wenn ich kalte füße dann kriege ich stück angst ja denke ich mal ja dass wenn das so weitergeht dann kriege ich vielleicht eine erkältung und und so weiter also da geht ein ganzer ganze lawine kann da losgehen ja also einfach nur aufgrund der empfindung das ist kalt ja und da hängt bei mir jetzt persönlichen ganze ratten schwanz dran ja und jetzt wäre die übung von diesem ratten schwanz mal den zu bemerken aha ja so also ich neige dazu so zu urteilen zu werten oder mich sogar ein was rein zu steigern rein zu schaukeln jetzt lasse ich wieder los einfach nur diese empfindung so wie sie jetzt im moment ist ja und so gehe ich durch den ganzen körper durch ja das ist der body scan und ja was was ja auch eine erfahrung sein kann ist in dem moment wo ich die aufmerksamkeit auf etwas richte also dass da auch eine resonanz entsteht ja also dass der körper reagiert sich freut über die aufmerksamkeit dass vielleicht die durchblutung sich verbessert und so weiter ja oder dass sich was entspannt wenn ich bemerke da ist was angespannt ohne dass ich das jetzt mache ja also das wäre jetzt der unterschied auch zu einer entspannungsmethode wie dem autogenen training wo ich halt zu einer selbstsuggestion sagt der arm ist schwer ja und dann lässt muskelspannung nach und ich kann diese schwere stärker fühlen ja so spüre ich einfach erstmal die spannung stell fest da ist spannung ja vielleicht gibt es dann die möglichkeit irgendwie das was auftaucht ach da kann ich ja nachlassen ja also ich mache es nicht nehme es einfach mal mit interesse war was da ist gut das wäre der body scan und ich denke also die verbindung zum körper wieder zu stärken und herzustellen das ist für ganz viele was was ganz ganz wichtig ist und wenn man gerade wenn man unter stress unter druck leidet herr sich das zeigt sich ja auch sehr stark körperlich und das auch deutlicher wahrzunehmen und dann auch die möglichkeit zu haben gegen zu steuern ja das ist so wirklich die basis zweite stunde das ist das thema wahrnehmung hat auch was mit stress zu tun also das ist auch etwas was dick natan häufig anspricht die wahrnehmung also wir sollten vielleicht unsere wahrnehmung die immer wieder mal hinterfragen kann sein dass die verzerrt ist oder eingeengt ist ja und wenn ich in einem engen kastl denke dann ist einfach der raum auch ziemlich klein und der druck unter dem ich stehe hoch gibt es eine schöne übung die neun punkte übung ich weiß nicht ob die jemand kennt also das sind neun punkte die sind wie so in einem quadrat angeordnet und dann gibt es jetzt die aufgabe mit vier geraden linien ohne abzusetzen diese neun punkte zu verbinden das ist jetzt ein bisschen schwierig sich vielleicht das vorzustellen ja möchte nur eines sagen also wenn man diese aufgabe stellt also hat neun punkte drei mal drei in einem quadrat angeordnet ja und dann gibt es eine unwillkürliche tendenz die lösung dieser übung innerhalb des quadrats zu suchen ja ich sage jetzt mal es einfach dadurch wie das angeordnet ist ergibt sich ein kastl denken und innerhalb des kastls ist die lösung nicht zu finden ja mehr sage ich jetzt nicht dazu und ja wenn man über dieses kastl hinaus geht ja also eine erweiterte position bezieht die wahrnehmung von dem verändert dann kann ich eine lösung finden so und das steht irgendwie ein stück symbolisch eben für so automatische wahrnehmungstendenzen zum teil ist es sogar also jetzt mal von der art und weise wie das gehirn aufgebaut ist vorgegeben dass wir eben in bestimmten bahnen denken zum teil ist aber auch unsere lebenserfahrung oder ja dinge die uns geprägt haben die uns bestimmte kastl vorgeben und einengen und es geht darum den raum die perspektive weiter zu machen ja was etwas lösendes und befreiendes an sich hat ja da in dem zusammenhang wird dann auch der begriff der ganzheit angesprochen da möchte ich ein zitat dazu vorlesen von ture von x kühl das ist einer der begründer der psychosomatischen medizin der schreibt für unser verständnis des rätselhaften vorgangs heilen ist die feststellung bedeutsam dass es im kern des erlebens ein unmittelbares gefühl für die qualität heil ganz und integriert gibt und sozusagen wenn ich die wahrnehmung erweitere kriechen zugang zu seinem gefühl von ganzheit ja und das steht dann auch sozusagen am ende des body scans dass es körperlich erfahrbar ist wenn ich dann den körper als ganzes wahrnehmen nachdem ich ihn vorher systematisch durchgewandert bin dass dieses sich so ein gefühl von ganz sein einstellt auf einer ganz körperlichen basis ja und dass das sehr nähernd stärkend kräftigend ist das wahrnehmen zu können und dass dieses ganz sein auch einschließt es gibt auch stellen die vielleicht wehtun oder die nicht gesund sind ja aber sozusagen dass das ganze irgendwie also weit über das hinausgeht was nicht in ordnung ist dass das ganze eigentlich in ordnung ist und es ist immer mehr in ordnung als in unordnung solange ich lebe ja dritte kursstunde da geht es um angenehme ereignisse also die achtsamkeit auf angenehme ereignisse zu richten das hat man schon eine ganze woche lang beobachtet ja musste man protokoll führen und da kommt jetzt auch noch ein wichtiger punkt also der gruppendialog ja und das berichten über erfahrungen spielt eine große rolle weil ich höre von anderen was was haben diese erfahrungen gemacht für beobachtungen gemacht und also ich kann mich auch mitteilen ja und da geht es um also in dieser betonung der angenehmen die achtsamkeit auf das angenehme zu richten darum zu merken eigentlich wie viele kleine momente von freude es auch gibt und dass diese fähigkeit im augenblick dazu sein freude zu empfinden dass das gestärkt wird dass das auch ein sehr gesundheitsförderlichen effekt hat dann ist in der dritten stunde kommt yoga mit dazu also die die erfahrung des körpers wird vertieft eben auch in der bewegung bestimmten körperhaltungen und gibt es ja die möglichkeit eben sehr angenehme empfindungen auch zu erleben und deswegen sind am anfang die die yoga übungen die zunächst angeboten werden auch sehr einfach so dass das also mehr so dass die möglichkeit das angenehme zu erleben im vordergrund steht also yoga im liegen während später wird es dann noch ein bisschen fordernder weil wir kommen in der vierten kursstunde auch zum umgang mit den unangenehmen erlebnissen also klar gehört dazu und also ja wie sind eigentlich meine reaktionen auf unangenehmes ja und da nähern wir uns dann dem stress thema auch schon ein bisschen an und geht so ein stück um die vermittlung der botschaft also ich kann unangenehmes einfach auch wahrnehmen und da sein lassen ich muss nicht unbedingt immer gleich dagegen reagieren oder es weg haben wollen ja also so ein stück gleichmut zu entwickeln das wird dann beim yoga im stehen eben auch auf einer ganz körperlichen ebene kann ich das beobachten und mich da erleben erfahren ja wie ist das wenn ich jetzt zum beispiel in einer position bin die mir irgendwie etwas unangenehm ist da möchte ich euch auffordern mal einfach die arme in die höhe zu nehmen mit der linken hand die rechte hand das rechte handgelenk zu fassen und sich dann nach links beugen so dehnung ja und dann mit dem einatmen noch ein bisschen weiter ziehen mit dem ausatmen in dieser haltung entspannen nach versuchen so gut es geht es wahrzunehmen und was tauchen da für körperempfindungen auf vielleicht auch für begleitende gedanken und gefühle wenn ich so eine weile in dieser position bin und wenn es geht mit dem einatmen noch ein bisschen weiter sich dehnen und mit dem ausatmen wieder in diese anstrengung diese spannung hinein entspannen soll sich bitte niemand überfordern wenn es also sehr unangenehm ist es nicht mehr aushaltbar ist dann langsam aus der stellung wieder heraus gehen und wer glaubt dass er noch ein bisschen kann das versuchen die eigene grenze auch auszutesten ja damit ein bisschen spielen und dann wieder einatmen sich aufrichten und ausatmen über die seite die arme absenken so ich höre es so ein bisschen stöhnen blasen also es soll jetzt nur mal so einen ganz kleinen eindruck geben ja also das yoga im mbsr also da geht es jetzt sehr stark eben um die wahrnehmung der körperempfindungen und auch dessen was so an begleitenden gedanken und gefühlen auftaucht und wie ich auch mit grenzen umgehe bin ich zum beispiel sehr ehrgeizig und gehe über meine grenzen hinaus und merkt dann nachher dass mir fürchterlich weh tut und sich was verschlimmert hat oder habe ich eine tendenz vorschnell aufzugeben sagen kann ich eh nicht oder wo bewege ich mich da in diesem feld zwischen diesen extremen damit auch ein bisschen zu spielen ja und einfach sich zu beobachten und ja auf diese weise auch schon ein stück körperlich die zu empfinden also wie ich mich zum beispiel auch stresse unter druck setze ja und wie kann ich auf eine schonende eine achtsame weise mit mir umgehen und so vielleicht ganz allmählich auch einschränkungen ja also grenzen ausdehnen ja und gleichzeitig auch wirklich in verbindung sein mit dem körper sodass ich mich nicht schädige ja das oberste prinzip ist natürlich das sich nicht schadens ja ok das sollte einfach so ein kleiner einblick sein also in die in die yoga arbeit und wie es in verbindung gebracht wird mit dem thema stress ja dann wird information über stress und das thema auch was sind so reaktionen automatische unwillkürliche reaktionen auf stress ja für mich unter druck angespannt was dies und jenes noch machen und so weiter und wenn das eben also jetzt nicht nur kurzzeitig ist sondern längerfristig ist was entwickeln sich dann vielleicht für verhaltensweisen um diesem stress zu begegnen und wie wirken die sich jetzt wieder auf die gesundheit aus ja also schädliche verhaltensweisen ja zum beispiel viel zu rauchen oder alkohol zu trinken oder viel zu essen oder exzessiv sport zu treiben und sich dazu schädigen und so weiter so sind eine ganze fülle von ähm verhaltensweisen denkbar kennt jeder ähm also die äh vielleicht kurzfristig lindern ja oder mit dem stress umgehen lassen die aber äh in sich dann aber zu einem teufelskreislauf wieder führen ja das führt dann ähm dazu sozusagen was wäre jetzt die rolle der achtsamkeit im umgang mit stress also zu schauen dass sowas entsteht wie ein raum dass ich ähm eine wahlmöglichkeit habe also nicht mehr automatisch halt irgendwie reagiere und versuchen den stress abzubauen sondern dass ich bewusst äh wege wähle mit dem stress umzugehen die gesundheitsförderlich sind und entschädigend und und da helfen die übungsmethoden also an dem punkt kommt man dann auch ähm also jetzt vom aufbau der übungsanleitung in der meditation auch zu dem umgang mit mit gefühlen und gedanken ja also bisher wurde hauptsächlich atembeobachtung geübt und dann äh atembeobachtung und auch beobachtung der körper körperempfindungen in der sitz meditation und da kommen dann das ins auge fassen der gefühle und gedanken mit dazu und komplexere geistes zustände die wahrzunehmen mit diesem dieser grundhaltung eben nicht werten nicht urteilen nicht reagieren ja wohl wollen so sein lassen wie es im moment ist ja um aus diesem druck raus zu kommen ich muss nichts tun ja ich muss nicht jetzt wenn eine unangenehme empfindung da ist ein unangenehmes gefühl da ist ja irgendein gedanke der mich versucht unter druck zu setzen ich kann es einfach im moment so sein lassen ich kann da raum entstehen lassen ich habe auch immer wieder die möglichkeit zu meinem atem zurückzukommen mich damit zu verbinden ja und damit auch bewusster zu werden was sind denn eigentlich so die inneren stressoren die die inneren antreiber ja wie setze ich mich selber unter druck weil häufig ist es nicht nur jetzt die äußere anforderung ja der äußere stressor so bezeichnen wir es sondern das wird erst eigentlich dann zum stress wenn es durch die innere bewertung und durch das was ich dann noch sozusagen selber an gas dazu gebe ja also so gedanken wie ich muss allen recht machen oder ich muss immer 100 prozent geben oder 150 prozent vielleicht sogar ja also das taucht bei der beobachtung von gedanken dann auf und ich kann mir vielleicht dann mit der zeit mehr den raum und die erlaubnis geben da ein bisschen runter zu fahren und sagen gut vielleicht reichen auch 95 prozent ja schon mal eine entlastung ja dann in der siebten kursstunde haben wir das thema stressige zwischenmenschliche kommunikation das wäre eigentlich ein thema was für einen ganzen kurs reichen würde ja also es wird halt an angetippt und ja da gibt es auch eine schöne übung die der kapazin zeigt und vorschlägt die die aikido übung also das aikido prinzip kennen das alle nein also ich stelle sich vor es kommt einer auf mich zu will mich angreifen also da geht es halt sozusagen um sich angegriffen fühlen so als ein stressor in der zwischenmenschlichen kommunikation ja und da habe ich verschiedene möglichkeiten also ich kann kann mich wegducken davonlaufen ja das ist vielleicht eine vordergründige lösung aber kann den anderen vielleicht auch noch wütender machen ja wenn sich jemand immer entzieht also vielleicht bessert das auf die dauer nicht viel eine andere möglichkeit ist richtig in den kampf rein zu gehen frontal dagegen zu halten ja das kann auch spaß machen das kann aber auch sehr erschöpfend sein oder ja furchtbar eskalieren also wo es dann einen sieger und einen besiegten gibt und so das aikido prinzip ist jetzt also auf so einer ganz körperlichen ebene wenn man es versucht zu machen also wirklich sich in seiner mitte zu verankern und sich so hinzustellen dass ich auch immer in dieser mitte drin bin und die energie die da auf mich zukommt quasi um mich herum leite ja ok jetzt wenn ich dann mich mit dem angreifer rumdrehe dann nehme ich einen moment lang auch dessen perspektive ein ja wir schauen in die gleiche richtung und wenn man das jetzt ins verbale übersetzt ja also ich nehme das auf was der andere mir sagt ja ich muss mich jetzt nicht absolut ich muss mich nicht gleich dagegen stellen oder das verleugnen sondern ich nehme es auf aber ich bleibe trotzdem bei mir ja und schaue es mir einen moment an aha so siehst du das und jetzt fürchte ich um mich rum und schauen wir mal ob du auch bereit bist das so zu sehen wie ich sehe ja also sozusagen mit dieser energie die aufzunehmen und um sich herumzuführen und entweder geht der andere mit und dann kommen wir in eine art tanz miteinander oder aber der andere schwirrt ab in die tangentiale und ja also ich habe meinen stand meine zentrierung bewahrt ja also ergibt sich sozusagen eine art tanz in dem wir dann aushandeln ja und zu einem gemeinsamen ergebnis vielleicht kommen also das ist ebenso auf der körperebene als symbol für das umgehen mit konflikten das wird da geübt das passt natürlich nicht für alle situationen in der kommunikation das ist klar aber es kann einem ein stück was helfen ja wenn es eben um so situationen des angegriffen werdens geht ja die häufig mit einem besonderen stressgefühl verbunden sind es gibt noch einen tag der achtsamkeit da wird das ganze nochmal also intensiv geübt und und nochmal so alle übungsmethoden auch im aufbau durchgeübt also ich vergleiche das da gibt es ein schönes Bild vom Thich Nhat Hanh das habe ich also dafür gewählt über die immer größere Entfaltung und Ausweitung der Achtsamkeit ich würde sagen ich stelle mir vor lichte ein Scheinwerferlicht ja erst mal auf der Bühne auf eine Person und dann auf eine noch größere Fläche ja kommen vielleicht zwei drei Spiele und sozusagen wenn es ganz ausgeweitet ist habe ich also das ganze Bild im Scheinwerfer der Achtsamkeit und jetzt bezogen auf das MBSR beginne mit dem Atembeobachten ich nehme die ganzen Körperempfindungen dazu ich nehme die Gefühle mit dazu die Gedanken mit dazu es geht über mich als Individuum hinaus auf den zwischenmenschlichen Prozess ja und in der achten Kursstunde weiten wir das noch mal weiter aus kommt die Meta-Meditation dazu mit Gefühle ja mit mir selbst und mit anderen am Ende des Kurse steht dann auch die also Einladung dazu also eben weiter zu üben ja dran zu bleiben und vielleicht irgendwann mal ein Meditationskurs zu besuchen in einem Zentrum also dass jeder da also auch Möglichkeiten also Kontaktadressen bekommt und Möglichkeiten wo er hingehen könnte oder dass ein Aufbaukurs irgendwann gemacht wird also so dass auch eine Begleitung in die Richtung ist weiter zu machen und dran zu bleiben so was die Studien ergeben haben ist das also also ein Großteil in irgendeiner Form etwas aus diesem Kurs auch weitermacht ja also jeder sucht sich ein Stück auch das aus was ihm dann am meisten liegt und das eigentlich auch nach drei Jahren noch ein hoher Prozentsatz sagt dass sie davon profitiert haben und dass sie immer noch ein Stück was weiter praktizieren ja vielen Dank vielen Dank